Zwei Falt-Smartphones, unsinnige Pixel-Beschleuniger und jetzt spielen die Eltern. Wir hatten diese Woche gleich zwei neue Smartphones mit Falt-Display in der Redaktion. Samsungs Galaxy Fold und Motorolas Razer. Obwohl das Galaxy Fold sehr gut verarbeitet ist und sogar noch einen Außenbildschirm hat, hat uns das ständige Aufklappen schnell genervt. Anders beim Razer. Dort gehört von jeher das Klappen zum Handwerk und der ausgefaltete Bildschirm hat ein praktischeres Format. Während das Galaxy Fold zusammengeklappt immer noch recht groß ist, passt das eingeklappte Razer in jede Hosentasche. Die Klappmechanismen sind unterschiedlich, aber jeweils gut umgesetzt. Doch bei beiden Geräten machen wir uns Sorgen um die Haltbarkeit. Aufgrund des Mechanismus beim Razer sogar noch mehr als beim Galaxy Fold. Die Kunststoff-Displays dürften nicht lange schön bleiben. Es gibt zwar durch offene AMD-Treiber in der Linux-Community eine Nische für die neue Radeon RX 5500 XT, abseits davon zeigt unser Test aber zu viele Schwächen der Grafikkarte von AMD. Der direkte Konkurrent GeForce GTX 1650 Super von Nvidia ist genauso schnell, benötigt weniger Energie und ist auch noch günstiger. Das gilt auch für die 8 GB Version der GPU, die mit der schnelleren und günstigeren GeForce GTX 1660 konkurriert. Mit dem RoboMaster S1 baut DJI keinen surrenden Quadcopter, sondern einen vierrädrigen, ferngesteuerten Roboter. Auf seinen Mechanum-Rädern kann er sich auf der Stelle drehen oder sogar seitlich fahren. Im Test macht es Spaß, mit zwei oder mehr RoboMastern rennen zu fahren oder im Robo-Lasertag gegeneinander anzutreten. Auch das Programmieren eigener kleiner Skripte mit Low-Code, Editor oder Python ist spannend. Der Preis von 550 Euro macht ihn aber eher für Eltern als für Kinder interessant. Star Trek-Fans kennen ihn als Odo. In Boston Legal spielte er einen Anwalt. Zudem hatte er Rollen in mehreren Filmen des Regisseurs Robert Altmann. Der US-amerikanische Schauspieler René Auberjonois ist in Los Angeles an einer Krebserkrankung gestorben. Die zweite Teststrecke für Oberleitungs-Lkw ist fertig. Auf der A1 bei Lübeck ist erstmals ein Lkw elektrisch mit Stromabnehmer gefahren. Wegen eines Fehlers an den Masten hatte sich die Fertigstellung der Trasse verzögert. Der Regelbetrieb soll in Kürze starten. Das Projekt läuft bis Ende 2022. Mit Horseridge hat Intel einen Mikrocontroller vorgestellt, der direkt in einem tiefgekühlten Quantencomputer verbaut werden kann. Dabei sind Intels Quantenchips vergleichsweise heiße Teile. Ihre Temperatur von einem Grad über dem absoluten Nullpunkt ist zwar immer noch kalt, aber bei der Konkurrenz sind es nur einige Tausendstel Grad. Apple wird nach einigen Jahren wieder den Mac Pro anbieten. In der maximalen Konfiguration hat er nicht nur eine 8 TB große SSD und 1,5 TB Arbeitsspeicher. Er kostet dann auch 62.419 Euro. Für 6.000 Euro können Kunden zudem das Pro Display XDR mit matter Panel-Beschichtung bestellen. Aber Vorsicht! Die darf laut Apple ausschließlich mit dem beiliegenden Tuch abgewischt werden. Der Unternehmens Chat Teams von Microsoft ist für Linux verfügbar. Die Anwendung basiert dabei auf dem Web-Framework Electron. Noch handelt es sich offiziell um eine Preview, sodass mit einigen Fehlern zu rechnen ist. Die Zukunft der Luftfahrt ist elektrisch. Davon ist zumindest der Chef der kanadischen Regionalfluglinie Haber Air überzeugt. Er hat in dieser Woche den Jungfernflug mit seinem ersten elektrischen Wasserflugzeug unternommen. Das US-Unternehmen Magnix hat die Havilland Beaver umgerüstet. Langfristig will Haber Air seine ganze Flotte mit Elektromotoren ausstatten. Zuletzt noch ein Aufruf in eigener Sache. Golem.de ist wieder auf Mitarbeitersuche, natürlich MWD. Wer uns als Produktmanager-Affiliate in Sachen E-Commerce unterstützen möchte, kann sich unter jobs-at-golem.de bewerben. Das war's vom golem.de-Wochenrückblick. Bis zum nächsten Mal.